Was? Was? Was war so schnell? Nein, ich kann es nicht mehr machen. So, schneller! Das war das siebte... Ich höre nicht mehr. Beim siebten Teil wird sein Prävention-Stand. Das ist gut für mich. Nein, das ist gut. Mein Freund. Körst du gut. Nur, 1, 2, 3, 2, 3, 1... Oh! Diese Geräusche! Das ist gut. Ich mache das, was du mit dem그램ausbrief. Dann lass die Gitarren-Stand. Der hat sich viel zu langer, was du mit dem Körstuch. Ich habe alles gut gemacht, was ich mit dem Körstuch nicht versareide. Oh! Was ist das? Würdest du ein wenig mit Schleidung spielen? Vielen Dank. Schau, wer da ist. Schleidung. Das Ebenbild von Edibe.